Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist gut. Auf bald. Es wird! In Kuhn, bitte! Nun kommt uns nicht des Genders! Geht's! Du Altemort und Backe! Geht's, Ibi! Und wir gehen uns in den Kuhn! Und wir gehen uns in den Kuhn! Insumationen! 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 Hm, gut. Auf bald! Nechero! Wehen! Wehen! Gamilat! Bayek, unser Held! Gerade rechtzeitig. Wir wollen Tamose überfallen, Rufio Steinmetz. Ah, steckt er hinter dieser Plünderung? Ja. Der Tempel wird bald weg sein. Die Pyramide ebenso. Ägypten ist Tamose völlig egal. Dieser seelenlose Wecker hat Nabatea für seine traurige Arbeit für Rufio angestellt. Er würde den Römern Amun als Sklave geben, wenn er könnte. Das Volk braucht Monumente und heilige Städten. Wenn sie verschwinden, verliert es den Lebensmut. Sie werden bleiben, wenn wir Tamose schnell genug töten. welcher weg ist? Das ist der Weg! Das ist der Weg! Sie werden gut wegnehmen. Das ist der Weg! Das ist der Weg! Und das ist der Weg! Die weg ist, das ist der Weg! Okay. Das war's für heute. 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 Ich würde mich gerne mit so einer Waffe in den Händen sich beihängen. Die Splitter dürfen nicht in römische Hände fallen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann nicht so gut klettern wie du. Das war's für heute. 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 Ich bin am Ausgang weiter. Ich danke dir, großer Verbotner. ich habe ihn schon bekämpft ja ich glaube er arbeitet sogar für kleopatra ruf ist marcus antonio's general also füge bleib auf der plattform ich lasse sie steigen und und Ah! Was hast du gefunden? Eine Schrift? Neck! Nicht die erhofften heilenden Schlitter. Gehen wir weiter! Die Probleme halten. Noch ein Kampf, bis wir wieder frei sind. Was? Wo bist du? Wo? Hey, Rusch! Was ist das, du Ratte? Was? Was? Es ist unklapp, wie leichte Wäute zu töten! Oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's. Ah! 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 Oh, oh. Was ist das? Okay. Oh. Okay. 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 Hey. Whoa. Ah, diese Zone ist tabu. Was? Stirb endlich! Hey, was? Was? Stirb, du Sau! Ich hab das Ziel in Sicht! Da bist du! Ich töte dich! Ich bring dich um! Ich hab das Ziel in Sicht! 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 Klamot! Sie zuerst und fragen dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was ist das?